Ey, dass ich den noch erwischt hab! Haha! Ah! Scheiße! Och, Mann! Alter! Und kein Schmerzmittel geschluckt! War doch einer! Komm! Ich hab den Headshot verpasst du was! Lass mal heilen hier! Quatsch! So, jetzt wird die Ernte eingefahren! Die wohlverdiente Ernte! Oh! 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 quifft doch einer. Schießt! Hat mich getroffen! Das Bein blutet! Jaaa! Abgeknallt! Da hat er gar nichts an, oder? Mann! Na, komm! Wieder bloß ein Nackiger. Lasst mich doch in Ruhe! Ich will doch bloß meine Quest machen. Dessert, Dessert, wali ich Dessert! Mann! Was gibt's? Auch die können ja den Schädel einschießen. Los! Los! Lauf! Lauf! So, Schmerztablett rein. Jetzt bin ich bestens gerüstet. Lauf! 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 L Bleibt mir ja vom Hals. Bleibt mir ja vom Hals. Hint fort mit euch. Oh man, 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 man. Komm, 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 komm. Ja, geil. Da hoch. Damit wärm die. Ich hab keine Ahnung. Oder lass mal schnell hoch. Ich muss hoch. Ich muss den hoch. Du kannst ja bei dir kurz machen. Da kommen welche. Ich weiß. Ich renne mal in meinen Karton hier unten. Bist du abgehauen? Nein. Hier rennt irgendetwas rum bei mir. Einer tot? Okay. Du bist nicht tot, ne? Ne, ne. Ich hänge unten in meinem Container. Ich hab schon einen Spieler getötet. Du Tier, Alter. Wo ist der andere? Ich hab keine Ahnung. Soll ich hier irgendwie so was platzieren? Und ich weiß nicht wo. Läufst du hier draußen aufs Blech? Nein, ich bin da nicht. Ich bin in den abgesperrten Raum oben. Das war bestimmt der andere, der gerade raus hier ran ist. Ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt hier machen muss. Ja, mach, mach. Geheimhaltung Typ 5. Ja, und wo soll ich die hier platzieren? Ich weiß es nicht. Ich könnte kotzen, ne? Ich könnte kotzen. Hm. Jetzt geht das nicht. Ich mach mich schon mal los. Das muss doch, glaube ich. Das ist da hinten, glaube ich. Da ist es. Komm, schnell platzieren. Ich bin da, Junge. Ich bin da. Zehn Sekunden noch. Ich kann es hier nicht platzieren. Hm. Ich geh schon mal zum Exit. Ja, versuch mal abzuhören. Ich hab's gehört. Häufst du? Bist du aufs Blech? Sag mal. Bist du aufs Blech? Sag mal. Bist du aufs Blech? Bist du aufs Blech? Bist du aufs Blech? Bist du aufs Blech? Und der... Oh, es geht jetzt. Bist du aufs Blech? Bist du aufs Blech? Bist du aufs Blech? Ja, ich war gerade am Munitionladen. Der bricht die Tür durch. Ich dachte, das wäre woanders. Und der Abstand der Demjort.